Hier präsentieren wir die 5 besten Multimeter-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Hammer Digital Multimeter. Die meisten modernen Multimeter haben natürlich viele Funktionen und Modi, die für jeden qualifizierten Elektriker unbedingt nötig sind. Vergessen Sie jedoch nicht, dass viele Verbraucher das Multimeter nur einige Male pro Jahr benutzen können, um die Störungen im Stromnetz oder die Ursache der Beschädigung von Haushaltsgeräten zu identifizieren. Achten Sie bitte auf das digitale Multimeter von Hama. Dies wurde speziell zur Bestimmung der Beschädigung von Haushaltsgeräten entwickelt. Dieses Hand-Multimeter ist in der Lage, gleich- und wechselspannung bis zu 250 vorzumessen. Dieses gehört auch zu der Kett 2 Überspannungskategorie 300V. Der Hauptzweck dieses Multimeters besteht darin, dass es für Niederspannungskreise und lokale Stromkreise vorgesehen ist. Nummer 4. Bending 044084 MMP3 Digital Multimeter im Paketformat Das nächste Modell in unserem Test ist das Bending Multimeter. Dieses Gerät ist leicht, kompakt und hochwertig. Die Abmessungen dieses Multimeters sind 13.2 x 8.6 x 1.9 cm und es wiegt nur an 130 G. Dieses Gerät bietet auch kleine Abweichungen. Es ist auch zu sagen, dass Sie mit diesem Multimeter Gleich- und Wechselspannung, Widerstand und Kapazität, die bei den Renovierungsarbeiten und Leitungsverlegungen sehr wichtig sind, einfach messen können. Es gibt auch die Möglichkeit, die Dioden und die elektrische Kontinuität des Stromkreises sowie seine Gesamtheit zu testen. In diesem Modell kann auch die Messbereichswahl automatisch oder manuell gewechselt werden. Als Ergebnis kann jeder Benutzer maximal präzise Messergebnisse erhalten. Im Lieferumfang kann man auch ein praktisches Schutzetil finden, das das Multimeter vor mechanischen Beschädigungen zuverlässig schützt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3 TechLive DM01M Advanced Multimeter Wir präsentieren Ihnen ein weiteres Modell von Multimeter, das einen integrierten Sensor hat und die Spannung ohne Unterbrechen eines Stromkreises messen kann. Diese Lösung ist besonders nützlich, wenn die Leitungstritte in einer Wand versteckt sind oder es schwierig ist, die Kontakte mit einer Koppelzange zu prüfen. Es ist zu sagen, dass die Empfindlichkeit der Koppelzange auf dem höchsten Niveau ist und die erhaltenen Daten eine minimale Abweichung haben. Der Umschalter in diesem guten Multimeter ist sehr bequem, sodass jeder Benutzer den gewünschten Modus einfach auswählen kann. Die Messbereiche sind auch bis ins Kleinste durchdacht, sodass die Messung nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Mit Hilfe von TechLive Multimeter kann man nicht nur das Messen von Spannung, Strom, Widerstand und Kapazität durchführen, sondern auch das Messen von Temperatur. Nummer 2 UNIT-U210E Handheld E-Ni Digital Clamp Meter Sind Sie auf der Suche nach einem kompakten digitalen Multimeter? Achten Sie bitte auf das Modell von UNIT. Mit diesem kompakten Multimeter können Sie verschiedene Elektroinstallationsarbeiten vornehmen und dabei viel Zeit sparen. Diese Mini Digital Strommessange ist ein zuverlässiges und sicheres Gerät. Dieses hochpräzise Gerät kann auch den Wechselstrom bei geschlossenem Stromkreis einfach messen. Die Werte werden auf dem LCD-Display angezeigt. Eben gesagt, der maximale Innendurchmesser des Bügels beträgt ca. 17 mm. Das ist sehr bequem bei der Arbeit mit dicken massiven Leitungstritten, die auch isoliert sind. Dieses moderne Multimeter ist mit zwei Messfühlern ausgerüstet, die für das Messen der Spannunggleich- und Wechselspannung, des Widerstandes und der Kapazität dienen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Flug 115 Multimeter Wenn Ihre Arbeit mit den elektrischen Installationsarbeiten verbunden ist und Sie ein Profi-Multimeter erwerben möchten, dann lenken Sie Aufmerksamkeit auf Flugmultimeter. Dieses Modell ist in der Lage, die Messungen von Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, Widerstand in dem Stromkreis und sogar Kapazität durchzuführen. Darüber hinaus erhalten Sie maximal präzise Werte, die Sie für mathematische Berechnungen verwenden können. In diesem guten Multimeter gibt es auch einen bequemen Regler, das den gewünschten Modus einfach auswählen können. Mit der Funktion Datenhaltung ist es nicht notwendig, die erhaltenen Werte zu notieren. Der Hersteller liefert dieses Multimeter mit einer hochwertigen und zuverlässigen Koppelzange, die eine gute Isolierung hat und sehr lange dienen kann. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.